da oben leuchtet auch licht aber ich sehe da niemanden bei dem häuschen die hose ist zu schwer wir brauchen unbedingt einen rucksack mein bester wo bist du hier draußen links raus oder rechts raus hinter dir zurück zu dem warst ich weiß nicht ob der andere noch da ist nicht das ist das hier auch noch so fucking nebelig wollen wir mal in das andere haus in welches sind das ja ich nehme vorsichtshalber lieber die mariette in die hand immer aufsetzen ist immer gut brauchen echt scheiß rucksack sonst sind wir richtig am arsch einfach nichts mitnehmen können aber hier war nichts an rucksack oder ich gucke noch mal in die ganzen schränke aber sie ist nichts drin wir müssen eigentlich eine fette stadt irgendwie oder zumindest kühlschrank dann muss bestimmt was essen drin sein ne ich hab hier schon ich hab hier schon wieder voll die orientierung verloren da ist die brücke da müssen wir hin ich bin draußen ja ich warte an der straße hier sport goofy so denn lass uns mal es ist dunkel es ist richtig auch der scheiß nebel der macht dann richtig fertig ich habe fast keine ich muss mal was essen ich habe keine energie mehr energie sagt ja 70 habe ich noch 40 ich muss mal ein paar beeren essen hier ich weiß nicht kann ich mir einfach so so rohes fleisch reinziehen ich glaube das musst du über über das feuer machen aber ich habe keine blackberries mehr ich bin voller armen willst du welche von mir haben ne ich hier ist noch ein strauch ich hole mir hier noch mal ein paar schade dass man hier nicht eat all machen kann so wie bei daisy weil musst du immer tausendmal anklicken hier oh ich habe jetzt auch keine bären mehr hast du gehört hier irgendwo einer geschossen lass mal schnell stiften ja ich weiß nicht ob das überhaupt auf uns gerichtet war aber jetzt hast du mir alle beeren von der nase weg ist sorry hier hat irgendwo auf jeden fall einer geballert vielleicht kann ich ja das rabbit mit hier über dieser feuertonne rösten mann das ist jetzt hier okay das ist ein herrsch scheiße ich muss wahrscheinlich irgendwie kann ich das wenn ich hier irgendwie die kacke das geht nicht ist ein brecheisen wenn du es haben möchtest wo hast du denn die knarre her welche knarre ja ich habe das ist diese waffe da wo ich diese ach so mit 308 oder was ach so ich kann es nicht mehr nehmen du hast keinen platz mehr oder was müsste ich was wegnehmen aber was ach den könnte ich vielleicht wegnehmen mal gucken mal gerade sagen wir digger warst du denn jawoll so brechstange haben wir die waffe ist schon cool jetzt habe ich dich verloren hier ich bin einfach nur ein meter weiter gegangen digger wirklich nicht selbst ein meter jetzt bist du hä da warst du da warst du vorhin echt nicht hör mal ich war einfach hier bei dem auto doch niemals ich würde doch ich war nur hier bei den autos wo steht was nee ist ein hirsch ein hirsch hier findest du immer nur wenn überhaupt mal so ein scrap metal oder sowas so lass uns mal weiter gehen hier in die todeszone rein hier ja das ist jetzt selbstmord was wir hier machen doch du bist absolut brutal ja vielleicht kann man da irgendwas mit machen vielleicht kannst du den aufschlitzen und dann sagen ey komm wir haben hier was zu essen ja und du kannst du was machen damit oder natürlich ich hab ein winizon the meat is raw and must be cooked before consuming ja und irgendwas war hier noch nimm das mal auf das ist 15 platz koste das hast du noch so viel platz ich guck mal warte mal ey take it ne doch ja kann ich nehmen ja ich will auch mal einen umbringen gut jetzt brauchen wir es jetzt nicht mehr jetzt haben wir jetzt mal hier Fleisch Hallo guck mal wie das weg läuft jetzt ist die Frage sieht das gerade aus ja und wir kommen jetzt in die Ebene wo du umgebracht worden bist wollen wir da hin oder wollen wir irgendwie in eine andere Richtung gehen ist es aber wir müssen eigentlich erst mal irgendwas zu fressen äh was Digga du bist unsichtbar gerade ach so das geht ja doch wa ja nein es stand nur dein Namensschild und sowas so war das eben nämlich mit dir auch ich stehe einen Meter vor dir hä ja wir müssen irgendwie versuchen unser Fleisch zu braten aber wie geht das hier ist doch Feuer ja kann man da drüber nicht einfach das Fleisch rauf ich glaube wir brauchen eine Pfanne Digga das war wieder nur ein Reh ich raste hier aus ey kann ich denn jetzt das Fleisch ich hänge ich hab ein Hänger Hänger hast du das schon mal ausprobiert mit dem Fleisch hast du das schon mal in die Hand genommen oder ja ja kann man irgendwie nicht in die Hand nehmen bin ich der Meinung kann ich denn das bei Crafting irgendwas machen da ja da kann ich ich esse jetzt ich esse jetzt ein ach scheiße das hätte man oh nein ich hab ich hab das ich hab das Rabbit Meat gegessen jetzt ist jetzt hab ich jetzt äh ist mir schlecht Food Poisoning das war weil ich das Fleisch war irgendwie wohl schlecht jetzt brauch ich jetzt steht wieder einer geschossen ich brauch irgendwie boah scheiß die rosa Wand an hörst du das ja ich geb mal Klopfzeichen dear sand was ist denn dear sand nein dear sand will assist you in sneaking up achso ich hab mir so einen Duftstoff gemacht dass ich nach äh Rentier rieche und ähm echt jetzt denn ja dann kann ich mir weil ich hatte noch ne ne Blase von also ne so ne ne Blase von nem Reh hatte ich noch ich schmeiß dir das mal hier hin dann kannst du das mal dear bladder heißt das kannst du das mal aufnehmen und dann ähm kannst du das auch machen dann kannst du dich von hinten an so ein Reh ranschleichen für ein paar Minuten der Beutel den der 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 unten ist oder ja aber der musst du aber genau treffen ne so und jetzt sagst du ähm wo ist denn der Beutel oh ich glaub ich brauch ne Brille scheiße ich hab echt ich hab schlechtes Fleisch gegessen jetzt geht's mir mies hast du Antibiotika ne 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 gar nichts das hatte ich ja in meinem alten Rucksack bevor ich getötet wurde wie kann ich das benutzen? weil da steht nicht Use oder so? ne ne das musst du craften ach muss ich erst craften ach ja stimmt ja gut okay das das zusammen mit Scrap of Clothes ah ja okay und dann könnte ich jetzt da raus jetzt müsstest du rausgekriegt haben wie heißt das? äh Deascent 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 genau aber hast du das gemacht? nein aber nur nur dass du es jetzt auch kannst boah endlich wird's wieder hell ich hab hier so ein Steak gemacht gemacht wie geht das? musst du das Stück Fleisch erst mal craften und dann gab's da irgendwie ein Steak von irgendwie so okay ja gut das hätte ich vielleicht auch machen können mal bevor es einfach Ruhe in mich reinstopft kann ich das jetzt essen? ich kann das nicht lesen ich brauche unbedingt ne Brille kann man das nicht ranzoomen? da steht irgendwas mit Barbecue das glaube ich lesen können so also du sagst es wird wieder hell das ist doch schön du bist weg ich bin in der Tankstelle ich geh jetzt hier mal bisschen in die auf die Lichtung da seh ich wieder nix hier sind immer noch ein paar Bären alter ich hab nen Kompass gefunden geil ach das wird oben in der Ecke angezeigt das ist das ist geil Wo ist er denn? Wenn du rauskommst, rechts rum. Zu der Brücke hin, oder was? Ja, ja, ja. Also fast zur Brücke. Ich komme jetzt wieder zurück. Kurz vor der Brücke bin ich rechts rum. Kommst zurück zur Straße. Okay. Wo wollen wir hin? Wollen wir... Wollen wir in die Todeszone, oder was? Auf jeden Fall, wa? Ich seh dich da hinten. Ach, da oben bist du. Also wie gesagt, jetzt kommen wir in den Bereich, wo du ermordet worden bist. Hinterlistig ermordet. Wir haben sie auch gerade irgendwo geballert wieder. Also... in einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, ähm... Ich würde so gerne... Ich bin müde. ...so eine Hütte bauen. Echt? Kann ich dir ne... Ne, mir fehlt was für deine... Ich brauche 10 Scrap of Clothes und eine... Also 10 Scrap of Clothes brauche ich, dann kann ich dir ne Luftmatratze machen. Oh Gott. Hast du Scrap of Clothes? Nicht so viel, ne? Eins hab ich. Wenn wir 10 Stück hätten, könnte ich dir ne... ne Luftmatratze machen. Dann könntest du dich da rauf chillen. Erstmal. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn wir uns die Luftmatratze nehmen und dann uns da rauflegen und dann uns auslocken. Zusammen dann da rauf, oder? Nein, Mann. Oh, jetzt schreiben wir hier ständig. Zum Kotzen. Mach aus. Scheißding. Ich will hier gucken. Ja. Aber warum werde ich denn müde? Das ist ja... Muss ich mich jetzt irgendwo im Bett reinschmeißen, oder was? Wüsstest du, was ist denn das deine... Musst du mal gucken, irgendein Wert müsste bei dir ziemlich schlecht sein. Ja, Essen ist jetzt aber 65 nur. Achso. Und für mich bin ich müde, steht er, tired. Du bist wahrscheinlich zu lange schon rumgelaufen. Mal gucken, vielleicht kriegt das... kriegen wir noch 10 Scrap of Clothes zusammen, dann kann ich dir eine Schlafmatratze machen, dann kannst du dich da hinschillen und dann kannst du erst mal ein bisschen pennen. Dann müssen wir erst mal Klamotten finden, ne? Ja, du findest ja auch so, äh... Dinger, du musst ja nicht deine Klamotten zerreißen. Das ist ja... Findest du ja auch so in den Autos mal, oder sowas, Scrap of Clothes, so 2, 3 oder sowas. Natürlich jetzt gerade nicht. Ist ja eine Irre. Ja, jetzt kommen wir in den Bereich, Sascha. Ja, easy. Ach, Digga, komm mal her. Komm mal... Geh mal in den Wagen hier. Ja. Und dann, äh... Kannst du da pennen. Das müsste in der Matratze liegen. Da müsste draufstehen jetzt irgendwie Sleep oder irgendeine Scheiße. Ah, okay. Und ich glaub, dann rufst du dich kurz aus. 5 Stunden steht da. Und dann... Lol, lol. Echt jetzt? 18 Sekunden. So. Ich hab dich da eingesperrt. Digga, schließt du schon? Du stehst hier nämlich noch. Ich bin jetzt voll ausgeruht. Ja. Echt? Oh. Hier ist Glas. Das sind, äh, glaub ich, nur so In-Game-Dinge. Ich komm raus. Aus dem Pornobus? Da steht ein Zombie. Er guckt uns an. Wollen wir den mal fertig, Mann? Ja, lass ihn uns mal unboxen. Wo steht er denn? Oben links. Da links, ja. West, Südwest. Ja, wo ist er? Er ist weg. Da. Hä? Ach so, lol. Wie, man spannt... Und dann muss ich mit links machen, oder was? Klicken? Ja, ja. Du spannst mit rechter Maustaste und dann musst du... Genau. Okay, da hätte ich mich jetzt... Mit linker Maustaste abdrücken. Ich bin immer rechts losgelassen, nichts passiert. Rechts los. Okay. Gut zu wissen. Hätte man vorher fragen müssen, ne? Hm. Okay. Lol. So, ich glaube, jetzt können wir wieder halbwegs in die Death Zone. Also hier... Ne, es war noch... War noch ein Stück weiter. Aber hier könnten wir mal eben... Ja, hier werden wir mal alles durchsuchen. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Rucksack. Ja. Ich glaube, wenn wir auch einen Rucksack haben, dann logen wir uns auch aus. Ich habe nämlich Angst, dass wir den nochmal sterben. Ja, dann ist das nun mal so. Das ist ein Spiel. Ja? Nein. Ich will überleben. Oh, ich habe was gefunden. Was ist das? Patron habe ich gefunden. Für eine M9. 9 Millimeter. Okay. Und für mein Scharfschutzgewehr. Ich dreh ab. Oh, ich dreh ab. Oh, ich dreh ab. Ja, aber das kann ja wieder für 3.08. Das ist ja wieder nur so eine... ...so eine Luftpistole wieder nur. Geh denn das Verkaufshäuschen hier nebenan? Ich nehme die Munition mal mit, ne? Das ist immer... Ja, ja, alles mitnehmen. Autoschlüssel. Ist das gut? Ne, ne? Weiß ich nicht. Irgendwann wird es bestimmt mal nötig sein, aber ich weiß nicht, was man damit machen soll. Also... Also, natürlich Autofahren, aber... Ich weiß nicht, inwieweit man die Autos da irgendwie fertig machen muss oder sowas. Oder ob du den jetzt hier einfach in so ein, äh... Ach nee, Wrecked heißt ja immer kaputt. Wenn du jetzt zum Beispiel Wrecked Van hast, dann ist er ja ein kaputter Van. Ich hab schon wieder... Geil! Ich hab ne Waffe. Eine M1911A1. Sagt mir nichts. Weiß ich nicht. Machete oder die... Hatchet. Die Hatchet weg. Oh, ich hab hier was zu essen, aber ich kann's nicht mehr aufnehmen, weil ich voll bin. Haust dir sofort rein. Das ist die Idee. Ey, du bist ja... Alter Vater, ey. Da steckt ja was hinter. Hammer, ne? Sexy. So, ey. Ey. Ey, 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 ey. Ich find hier nichts, außer Essen. Hm. Dismantle? Ein Wolf. Hau ab. Wie kann ich denn jetzt... Brauch ich... Ja, Digga... Greift er dich an, oder was? Ja, normal. Ich komm zu dir. Aber ich schlitzt... Nee, ich hab ihn weggeschlitzt. Wie kann ich denn jetzt meine... meine Waffe laden? Ich brauch wahrscheinlich dafür ein Magazin oder sowas, ne? Ich hab jetzt ne... ne... ne Waffe gefunden. Ja. Und ich hab auch die dafür dazugehörigen Patronen, aber ich kann die irgendwie nicht. Weil die Waffe... hier gibt ne Axt. Ja, die ist... Die hab ich da hingelegt, weil ich keinen Platz mehr hatte sonst. Okay. Muss ich die vielleicht erstmal auswählen, die Waffe? Das kannst du haben. Und dann einfach... Ah, ja. Lol, dann lädt er die automatisch. Okay. Ah, ja. Ja, ja, ja. Jetzt hat's geklappt. Juhu, ich hab ne Waffe. Geil. Jetzt kann ich rumballern. Hier ist noch ne Waffe. Ihr Penner. Echt? Ich komm da bloß nicht ran. Warte mal, C sagst du, ist bücken, ne? C ist ducken, ja. Was hast du für eine Waffe gehabt? M? So eine M1911 oder wie? Ah, ja. Warte mal. 1911A heißt sie. Was hast du für ne Munition da? 40 Millimeter ist das. 40 Millimeter. Also 45. 45. Hab ich nicht. Can be. Ach geil, ich hab Salpeter gefunden. Aber dazu muss ich mir erstmal Platz machen hier. Damit ich das mitnehmen kann. 50. Aber wir brauchen unbedingt einen Rucksack. Ich nehm das jetzt einfach mal mit und guck mal, was ich damit das covern kann. Grab of Clothes. Da fehlt immer noch was. Dann nehm ich das nicht mit. Nehm ich lieber meine Wooden Arrows. Aber wobei, ich hab' ich noch 6 Stück. Das ist ja absolut in Ordnung. Willst du noch was essen? Mir geht's eigentlich ganz gut. Okay. Wieso hast du da noch was? Jetzt hab ich's gegessen. Okay. Na gut. Ja, dann haben wir immerhin. Du hast auch einen Schuss in deiner Waffe jetzt, ne? Nein, hab ich nicht. Das ist 380 und ich hab' Brauch' 380. Ja, ja, okay. 380 hab' ich auch gefunden. Noch's mal so'n Luftmatratzen-Ding. Das brauch' ich nicht. Ach so, doch. Das Duct Tape kann ich mal mitnehmen. Fertilizer brauch' ich nicht. Gucken, was ich damit alles finden kann. Scrap of Clothes. Aber wenn ich da drinne, in der Pizzeria, Munition gefunden habe, dann muss ich doch hier auch irgendwo die Waffe finden dafür. Digga, ich hab' nen explosiven Pfeil gemacht. Was hast du denn jetzt hingekriegt? Nur Munition, oder? Da brauchst du Duct Tape, ne Shotgun Munition und Wooden Arrow. Also ich hab' das jetzt, äh, den, den Pfeil nicht hergestellt, aber ich hab, ähm, hab' ihn gelernt, wie man das machen kann. Okay. Seht einer, ein Zombie. Okay. Aber da brauchst du schon richtig auch so'n Metal Sheet, ey. Ey, das kost' hundert, ähm, also hundert Platz braucht das. Das ist total krass. Das brauchen unbedingt so'n... Ich hatte eben grad echt, hatte ich ja einen tausender Rucksack. Wo ich tausend, also tausend Platz einheim drinne hatte. Aber den haben sie mir dann ja hinterrücks genommen. Da ist jemand, oder bist du das? Das bin ich. Hast du dein T-Shirt gewechselt? Äh, ja, ich hab' jetzt ein schwarzes an und ich hab' ja, schwarzes, hab' ich jetzt an. Liegt'n Beutel. Ach, nee, ist'n Hase. Liegt'n Beutel. Das ist'n Hase. Oh, nee. Töte ihn nicht, er ist süß. Ich wollt' ihn töten. Da unten ist ne... sind Hütten. Wollen wir da mal runter? Äh, ja, können wir machen.